Wie geht es? Ich bin ein bisschen Das soll doch mal ein bisschen Ich bin ein bisschen das mit dem Schwerdang Boah, das sieht aber echt schön aus Wow so episch lol alter sieht das neus aus ich hab gerade echt Gänsehaut ey ich hab Gänsehaut lass das bloß an ich hab Gänsehaut 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 manua cook's Ja, das war's für heute. Das ist so gut. Ich glaube, jetzt ist das die Bayernphase für ein bisschen wie ein bisschen... Wuuuuhu... Bleibst du diese beiden Bayern an dieser Flöte? Das singt dann überhaupt noch. Das ist so gut. Scheiße. Das ist so gut. Das ist so gut. Ich schwöre, bitte, bitte, bitte komm, bitte, bitte mach das Titanic-Ding nochmal Das ist eins von den beiden, Take on me on Titanic, das ist so super Ja, danke, du hörst es, oder? Ich mach's lauter Ja, danke, du hörst es, oder? Ja, danke, du hörst es, oder? Alter. 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 Ich schwöre, wenn du keinen Bock auf deinen Nachbarn hast, drehst du es einmal auf der Anlage auf, Alter. Alter. Oh Gott. Oh Scheiße. Was? 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 Alter, ich schwöre, wir sind gerade ein bisschen schlecht vor dem Lachen, ne? Oh Gott. Oh Gott. Oh Scheiße. Was? Was macht denn jetzt die Ente da drin? Oh Gott. Oh Scheiße. Alter. Oh Gott. Sag doch mal bitte was dazu. Oh Gott. 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 Dankeschön. Tausend Dank, dass du diese Lieder bringst, ey. Tausend Dank. Danke. Gar kein Problem. Wunderbares Publikum hier. Ey, du musst diesen scheiß Knopf halt immer gedrückt halten. Und das ganze Lied langer darf, als du diesen Knopf nicht loslassen hast. Ja, wir haben die Steil draufgelegt haben. Oh Gott. Ja, frisst du grad die Flöte, oder? Hallo, bist du noch da? Geht's dir gut? Lebst du noch? Nein. Er stört wahrscheinlich grad vor Lachen. Er kann uns grad gar nicht mehr reden. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich spiele Flöte mit meinem Arsch, ey. Er erscheint halt diese verzweifelten Versuche-Klopfläne-Spieze. Er spielt halt Flöte mit seinem Arsch. Er hört sich das auch an, Mann. Es hört sich aber auch an wie sauber rausgeschissen, du. Die Flöte passt ganz gut an Arsch. Die Flöte passt ganz gut an. Ja, das stimmt noch lange. Aber wie ist er? Dass er alles in die Fahrzeuge stellt. Jetzt ist er los Knacker. Oh du Scheiße. Ey guck mal voll die romantische Musik, oder? Guck mal der Kirschbaum. Romantische Musik. Alter, jetzt singt da nicht noch einer schräg zu, oder? Aber natürlich. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann das. Halt dein Maul. Wunderschön. Oh Gott. Wunderschön. Alter. Alter. Total. Ähhha. Alter. Ja, Scheiße. Jetzt kommt halt noch das Finale, weißt? Das ist ja noch nicht... Jetzt geht es jetzt los! Oh Gott! Alter! Oh Gott! Es hätte ich ein Kind, das so spielt, ich hätte es ein abgeschoben ins Kinderheim, Alter. Aber jetzt... Jetzt hätte ich dir abgeschoben. Ja! Einfach in den Hals ran, die Flöte bei sowas, ey! Ja, genau so! Oh Gott, Alter! Oh Gott, der Wille! Oh Scheiße! Oh Scheiße, Alter, ich bin echt am Schwitzen! Mal lachen! Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank! Vielen Dank für dieses großartige Konzert! Ja, vielen Dank für dieses wunderschöne Konzert! Vielleicht habe ich auch nur drei Kinder... Nein! Das ist auch das einzige große Behinderte, was ich bin! Oh Gott! Und was ist jetzt noch gut? Ich bin jetzt noch gut! Oh Gott, ich bin jetzt! Oh Gott, ich bin jetzt... Untertitelung des ZDF, 2020